Scheidung und zwar die Scheidung mit internationalem Bezug. Immer dann, wenn nicht beide Ehepartner die deutsche Staatsbürgerschaft haben beziehungsweise die Eheleute im Ausland leben. Welche Fragen sich dort stellen, möchte ich heute in meinem Video euch etwas näher bringen. Hallo, mein Name ist Oliver Abel, ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei KGK und ich bearbeite hier das familienrechtliche Dezernat. Mein Thema heute soll sein die Scheidung und zwar den Fokus auf die internationale Scheidung, den internationalen Bezug. Immer dann, wenn die Eheleute, entweder mindestens einer der Eheleute, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder die Eheleute auch mit deutscher Staatsbürgerschaft im Ausland leben. Was es da zu beachten gibt, ein paar Auszüge heute. Zunächst einmal stellt sich natürlich dann die Frage für Scheidungen, die diesen internationalen Bezug aufweisen, wo die Staatsangehörigkeit der Eheleute mitunter nicht die gleiche ist, nicht die deutsche Staatsangehörigkeit ist. Wo kann ich mich denn hier überhaupt scheiden lassen? Grundsätzlich gilt, dass diesbezüglich das Gericht zuständig ist, wo der letzte gemeinsame Wohnsitz der Eheleute war. Wenn es dort nur im Ausland den letzten gemeinsamen Wohnsitz gibt, gibt es zusätzlich dafür, wenn beide Eheleute zur Zeit der Scheidung im Ausland leben, auch noch die Möglichkeit, einen Scheidungsantrag für Deutsche in Deutschland zu stellen. Und dieses Gericht ist ein zentrales Amtsgericht, Familiengericht, und zwar das Familiengericht in Berlin-Schöneberg, wo der Antrag dann zu stellen ist. Dieses Gericht ist in Ehesachen insbesondere für das Scheidungsverfahren zuständig, soweit die Ehegatten beide im Ausland leben und die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder zumindest einer diese deutsche Staatsbürgerschaft aufweist. Sofern gemeinsame Kinder vorhanden sind, insbesondere minderjährige Kinder, muss grundsätzlich das Gericht dann auch angerufen werden in Deutschland, in dessen Bezirk der Partner mit den Kindern seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ganz normal, diese Scheidungsanträge können in Deutschland nur, wie immer, durch einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Also das könnt ihr nicht selber machen, da besteht die Anwaltspflicht. Ein weiterer Punkt, der gerade wenn der Auslandsbezug ist und es sich nicht um das nähere Ausland zu Deutschland handelt, ist immer wieder, inwiefern hier eine Anwesenheitspflicht für das Scheidungsverfahren bei der Eheleute besteht. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Einerseits kann es natürlich sein, dass die Eheleute so weit weg leben, dass das rein vom organisatorischen her, vom beruflichen her, ein großes Problem ist, für ein Scheidungsverfahren nach Deutschland zu reisen. Zum anderen gibt es natürlich auch die Fälle, wo sich ein Ehepartner durch Wegziehen ins Ausland einfach dem Zugriff entzieht und man ihm dort überhaupt nicht dingfest machen kann. Und um da natürlich nicht demjenigen, der sich entziehen möchte und untertaucht, den Hebel an die Hand zu geben, das Scheidungsverfahren auszuhöhlen, also als unmöglich zu gestalten, muss es da natürlich auch Möglichkeiten geben. Also es gibt einen sehr starken Grundsatz, dass erstmal natürlich die Eheleute im Scheidungstermin vor dem Gericht erscheinen sollen. Nur wenn es sehr, sehr gewichtige Gründe dafür gibt, davon eine Ausnahme zuzulassen, wird das Familiengericht das auch tun. Also zunächst einmal muss man alles unternehmen, um dem Ehepartner, der im Ausland lebt, natürlich auch den Scheidungsantrag zuzustellen. Das heißt, ich muss nachweisen, dass ich mich bemühe. Ich muss nachweisen, dass ihm mehrfach dieser Antrag da auch zugestellt wurde. Erst wenn das nicht zum Erfolg führt, dann kann ich über die öffentliche Ausstellung, öffentliche Bekanntmachung beim Amtsgericht den Weg der öffentlichen Bekanntmachung gehen. Und tatsächlich ist es dann so, dass im Extremfall auch die Scheidung unter Abwesenheit eines Ehepartners durchgeführt würde. Weiterhin besteht natürlich auch für die Eheleute die Möglichkeit, sich im Ausland scheiden zu lassen. Und da ist dann natürlich auch die Annexfrage direkt, was ist denn mit einem Scheidungsbeschluss, Scheidungsurteil im Ausland? Wie wird das denn überhaupt umgesetzt, wenn ich dann wieder in Deutschland lebe? Und tatsächlich muss dieses Scheidungsurteil dann in Deutschland auch anerkannt werden. Das ist so, dass dieser Antrag dann als Formelantrag beim zuständigen Oberlandesgericht gestellt werden muss und über die Einscheidung der Justizverwaltung des jeweiligen Bundeslandes dieser Scheidungsbeschluss dann auch Rechtskraft in Deutschland hat, beziehungsweise dann auch anerkannt wird. Was im Einzelfall natürlich zu beachten ist, richtet sich natürlich nach den auch europäischen Vorschriften. Und da ist natürlich auch sehr maßgeblich, welche Nationalitäten konkret betroffen sind. Das würde jetzt hier den Umfang bei weitem sprengen. Und ihr habt Interesse an eurem konkreten Fall. Deshalb, wenn ihr in so einer Situation betroffen seid, dass ihr mehrere Nationalitäten, also eurer Ehepartner eine andere Nationalität hat, als ihr es habt, kommt zu uns und wir besprechen euren konkreten Fall. Da gibt es eine ganze Menge, worauf man achten muss. Und je nachdem, welche Nationalität dann tatsächlich bei euch betroffen ist, ist das sehr, sehr speziell. Wenn ihr wollt, nutzt unser Kontaktformular. Wir antworten euch selbstverständlich auf jede Anfrage. Wenn ihr wollt, macht einen Gesprächstermin mit uns und wir besprechen die Sache hier in einem persönlichen Gespräch. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank.